Läuft aber bei mir. Direkt ein Kill. Wow! 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 Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwa ihr lieben Ninerz und herzlich willkommen zu einer neuen Runden Age von Zero und King of the Kill zusammen mit MG. Bunja! Und dem Fresh Rice. Ich wollte jetzt erst sagen, zusammen mit Onkel Pop... Nein, doch nicht. So alt bin ich dann auch nicht. Noch nicht. Ja, du bist... Ja, ich auch. Ich nehme die Rechte. Oder soll ich die Linke nehmen? Ich bin schon in der Linken. Wo bist du? Ach, du bist da ganz hinten gelandet. Ja. Hab'n Helm. Du bist nicht bei meinen Dingern. Ich hab'ne Schrotflinte. Ich hab'ne AK und ne... Dings. Aber hier muss irgendwo ein Gegner sein. Ich weiß noch nicht wo. Ja. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Nice. Oh, da ist auch einer. Haben. Nice. Wow, auf mich wird geschossen. Ich bin weg. Ja, schlecht in das Ding drin. Wird überhaupt auf mich geschossen. Ah, keine Ahnung. Ich kann's dir nicht beantworten. Ich brauch'ne Tasche. Hier sind schnelle Schuhe. Ah, hier vorne liegt ein Rucksack. Wieso hat er AR-Moon, aber keine AR? Ah, da ist sie. Gefunden. Dann frage ich mich wieso, dass er mit der Pistole auf mich geschossen hat. Uiuiuiui. Läuft aber bei mir. Direkten Kill. Wow! 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 Ich bin tot. Echt? Ja. Ich zitiere. Läuft aber bei mir die Recken Kill. Ja, ich hab's verschrien. Da kam er wieder vorbei und hat mir in die Fresse geschlagen. Mann! Eieiei, Freunde. Bei mir läuft aber die Recken Kill. Ja, zieh durch, Junge. Zieh durch. Ach, hier ist auch noch was. Ich dachte, ich wäre jetzt schon draußen. Du machst das schon. Ist hier irgendwo vielleicht ein First-Agg-Kit? Hallo? Ich muss ja nur 35.000 Meter weit laufen. Achso, ist die Safe-Sound so kacke. Geht. Mann! Ich hätte schon gerne eigentlich ein Auto. In einen schrotz ich so geil weg. Ich hab den einen mit der AK geholt. Dann lauf ich aus der Halle und wär von hinten erschossen. Mensch. Ja, ja, ja. War wohl der Kollege von ihm. Na, höchstwahrscheinlich. Der Kollege von meinem hab ich noch nicht gefunden. Aber ich hab einen getötet. Hm. Ja, das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal die halbe Miete, ne? Ja. Ich hab dir einen abgenommen. Hm. Sagen wir mal so. Muss ich nur noch 106 weitere töten. Ja, dann gibt's ja was. Ey, Hadid. 105. Oh, einer ist in einer Explosion gestorben. 105. Läuf bei ihnen. Aber wie viele noch? Also, das ist ja... Die gehen auch nicht wirklich schnell runter, erzählen. 104. Waren ja doch 176. Na, ich hatte letztens ne Runde irgendwie 30 Leute. 38 waren's. 38. Super. Oh, jetzt ging's mal ab. Jetzt sind's nur noch 99. Dann... Dann sind's ja... Äh... Sind ja... Keine Ahnung. Zwei Safe Sonnen später immer noch... Keiner tot. Doch, da waren schon welche tot. Wir haben auch welche direkt am Anfang gesehen, aber... Die haben das Auto geklaut und sind weggefahren. Ach so. Ja, kommt immer drauf an, um welche Uhrzeit das das Spiel ist, wann das das Spiel ist und so. Aber normal sind sie gut besucht. Ich hatte noch nie ne Runde unter 100 Leute. Mhm. Wir hatten zwei unter 100 jetzt. Bei der letzten Aufnahme, die ich gemacht hab. Ich glaub, so ein bisschen ist der Hype weg von H1. Ich weiß nicht wieso, aber... So ein bisschen vielleicht... Nee, glaub ich nicht mal. Wie viele das alleine noch streamen heutzutage. Aber was ich... Das ist schon krank. Was ich halt krass find, dass mittlerweile so viele große YouTuber damit jetzt anfangen... Ja, ja. Keine Ahnung. Das Spiel ist schon Ewigkeiten draußen. Da hat sie... Äh... Kein... Kein Deut interessiert. Und jetzt... Jetzt müssen wir auch... Ja, wobei am Anfang waren ja andere auch. Sarraza zum Beispiel hat am Anfang... Ja, die haben aber... Dingens gemacht. Weißt ja eh... Das war noch Just Survive. Ja, ja. Wobei... Nee, Battle Royale war das auch teilweise. Ja, aber nicht von Sarraza. Ich glaub schon ganz am Anfang. Ich glaub schon ganz am Anfang. Ich weiß halt, Sarraza hat den Fehler begangen. Der hat in den ersten fünf Folgen alle seine goldenen Airdrop-Tickets missbraucht und hat keinen Spaß mehr. Ja. Ist auch irgendwo klar, dass ich dann keinen Spaß mehr hab, wenn... wenn ich alles verballer, was ich zu der Zeit noch an Inhalt habe. Ja, und wenn's dann noch dazu kommt, dass man keine neuen erspielt, dann konnte man ja durchaus, dass man sich neue geholt hat. Er hat ja halt einen Plan, dass er dann noch mehr spielt, ne? Ja. Ist aber als YouTuber finde ich auch immer schwer bei so einem Spiel. Guck uns mit Conan an. Wir haben auch nicht den Plan. Ich lass den Server jetzt auslaufen und dann hat sich das erstmal... Ja, gut. Muss man aber auch sagen, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wir haben nur noch Tourist gegrindet. Ja. Mehr haben wir nicht mehr. Schüssel in der Nähe. Oh, oh. Oh, come on. Die nehmen wir noch mit. Das ist halt momentan ein Zaubproblem an dem Spiel. Mhm. Dass wir jetzt nur noch im Gegrinde drin sind und und und. So ist eigentlich das Spiel an sich gut, aber ohne... Ja, ein größeres Ziel dahinter fehlt halt der Antrieb zu grinden. Ja. Ich bin jetzt gleich in der Safe Zone. Uh, Zeit wird's. 71, 70 Gegner, ne? Oh, da vorne ist ein Outer. Ja. Ja. Um ehrlich zu sein, Level 50 zu sein und dann herzugehen, hey, ich mach jetzt den Boss, also den, den einen Drachen, den ich mir eben mal gezeigt hab in Conan. Von... Hä? Ich hab sieben Damage gekriegt. Ich stand einfach nur im Stein. Es ist nix, sonst passiert. Bist du ausgerutscht und dann hast du dir den Kopf angeschlagen. Keine... Sieben Damage auf jeden Fall. Alter. Ohne erkennbaren Grund. Weißt du, was mich an der H1 Folge jetzt freut? Was? Die ist einfach zu schneiden. Karl-Heinz hat gerade zwei K... Oh, oh. Hinter mir kommt ein Outer. Da ist Karl-Heinz. Was? Der hat 21 AP. Jetzt hättest du einmal besser treffen müssen. Das gibt's doch nicht. Boah, bist du ja noch weit gekommen. Oh man, Freunde. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann halt rein. Ciao. Ciao. Ciao.